Hallo, du bist auch mitgekommen. Lieb dir gut. Und wir haben auch heute meinen Bruder zu unterstützen mitgebracht. Das erste mal hier bei uns im Kinn ist auch noch immer. Schön, dass du da bist. Schickt dir doch, wenn du dich aufgetragen hast. Macht's am, bitte! Ja! Du siehst aus Wicke. Ja! Ich glaube, du wirst dich. Du sagst, es war gestern, Ich will nicht. Egal. Kann ich sein? Ich kann das Leben. Egal. Ich hab' ich weiß gesehen, ob Geschichte frei ist, nur deshalb bin ich allein. Für noch nie gehört, sehr gut. Ich glaube, du hielst dich, weil's hier in der Stadt noch mehr Autos hat. Ich mach' dann so ungern ohne die Fritz, ey. Ist egal. Und mancher läuft hier im Ort, wo sie rum. Auch so geliebt. Freu' mich nur auf dich zu früh. Spar' dein Mitleid dir auf. Sicher war's uns gebraucht. Aber nun wirst du dich heute sehen. Tut mir leid, dein Trio bist viel kleiner, als du denkst. Ob du sie aus oder nicht. Ich weiß es nicht. Meine Damen und Herren, Gitte! Dankeschön, Herr Stanz, für diese... Bitte, bitte. Ich bin ja immer gerne bereit, dich zu unterstützen. Für diese Zwischenlage. Äh, liebe Mama, du bist ja Gitte-Fan, weiß ich, ne? Ja. Du hast sie gerne gehört. Magst du sie mal mit mir auf der Rune machen in den nächsten Wochen? Vielleicht. Die doppelte Gitte. Vielleicht reicht bei uns auf dem Ballkranz die Macht. Gitte. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. So. Ähm, ihr habt sie eben alle erkannt. Das war ja Britney Spears eigentlich. Aber sie war schon hier in den 80er Jahren. Hat sie auch schon gesungen. Und das war damals, äh, Johann Gett. Genau. Johann Gett, Gett hab ich hier drauf stehen. Johann Gett? Ja, so halt. Ich kann das noch nicht mit den gölsche Buchstaben, Herr Storr. Deswegen Johann Gett hab ich hier stehen. Johann Gett? Ja. Johann Gett, Gett. Jean Gett? Ja, oder so. Jean Gett? Das klingt mehr nach der Welt mit dem Hesch. Jean S. Wiedermann. Ja, die gibt... Oder Jean Gett D. Ja, die kenn ich auch. Ja. Das ist doch immer diese Transe, die sich immer... ...besauert auf der Tribune, oder? Ja, denn das war zum Beispiel auch die große Transe in den 80ern. Ja, äh, schade, dass Adriana nicht da ist, ob die Zettchen in der Wodkaflasche rauskommt. Aber wir wollen ja nicht böse sein. Nein, bitte nie. Ich bin eine... Ich bin eine nette Transe vom Balkan, Herr Storr. Man hat mich ausgewiesen. Ja. Ich hab mich nicht ausgewiesen, Herr Storr. Aber wenn das so weitergeht, weiß ich mich wieder... ...nippe die Furt. Man hat die angewiesen zu gehen, das weiß ich. Man hat die nicht ausgewiesen. Ich hab aber auch mittlerweile ein Visum für Köln. Das Schlimme ist, dass Sie hier bald eingewiesen werden. Ja, da bin ich schon, Herr Storr. Ich glaube, jeden Sonntag nach der Show hier. Man schließt mich ja ein. Aber Visum hab ich für Köln. Düsseldorf bekomm ich leider nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich glaub, da hab ich auch nichts verpasst, denk ich mal, oder? Na? Ich bin aber... Ne, das darf ich nicht sagen. Ne. Ich sag das jetzt nicht nach. Nein? Komm, nein, mach mal. Wir machen weiter. Weil ich muss... Ich glaub, ich muss mich umziehen, oder? Weiß ich nicht. Meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, dass das eine Show voll vorbereitet und systematisch ist. Ich bin nicht vorbereitet, Herr Storr. Ich komme nie vorbereitet hier hin. Achso, ja dann. Nein. Ich bin zwar breit, das weiß ich aber nicht vorn. Warum? Brauchst du gar nicht vorzubereiten? Sie sind eine Fertigtranse. Genau. Genau. So bei Ebay erstattet. Maggifix für Transe, meine Damen und Herren. Genau. Keine Zugabe von Haaren zugut. Ja. 66 Cent wurde geboten und es haben... Derjenige, der mich dann praktisch ersteigert hat, hat 65 gezahlt. 65 Cent, ja. Aber egal. Ich schaff das noch, eine teure Transe zu werden, Herr Storr. Das sag ich Ihnen. Oh. Ja. Wer war das? Eine Ein-Euro-Transe? Erste Reihe? Wer war das? Schon wieder! Peter! Ja, jetzt hast du Kassandra. Ich mach das doch hier nicht mit. Ich hab gesagt, ich geh auch in Reihen rein. So. Du bist ja nur neidisch, dass du mich nicht bekommst. Was ist das eigentlich? Können wir mal den Verfolger so zentriert auf dieses kleine, viereckige Stück Haut haben, was da hinten ist das Gleifhautchen, oder? Schatz, ist der Reißverschluss kaputt oder weiß ich nicht? Guck mal, Schatz, du darfst das. Nein, du sollst nicht stornen, du sollst gucken, ob Reißverschluss kaputt ist. Ich muss hier noch erklären, oder? Du sollst dich auch machen! So meine Liebe, ich stehe morgen nochmal bei Ebene, da bin ich nochmal im Internet zu sehen, ja? Da sende ich meinen Schlupfer rein, da kannst du den ersteigen. Kassandra? Kassandra, ich kenne diesen Gast. Er betreibt ein kleines Unternehmen zur Trans-Demontage. Ach so. Ja, okay. Wahrscheinlich von der Firma Bose, oder? Okay. Ja. Das war mein Co-Produzent von Bose. Und wie gesagt, ich denke... Also das mit diesem Hautstück da hinten ist wirklich ein interessantes... Das sind die Haare! Das ist toll! Das sind die Haare, oder? Guck mal! Ja, oder? 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 Okay, meine Damen und Herren, während Kassandra ihr Kostüm richtet, hören wir ein bisschen Eigenwerbung. Ach, Sonntagsend, mein Schatz, um sich zu geben Spaß bereit. Dann endlich um 20 Uhr ist Kulturschockzeit. Zwei Stunden gute Raune seit 17 Jahren schon. Kansen, Flash und Comedy und manche Tensation. Schreib doch das blöde TV aus. Und komm zum Kulturschock ins Filmhaus. Ach, wie schön! Ja, ja. Hast du ge... Ja! Dankeschön, aber ich muss das jetzt sowieso ausziehen. Aber es ist egal. Ja, danke auch nochmal an den Komponenten dieses Liedes. Ich glaube, es sind mittlerweile 18 Jahre Herr Stolp, Kulturschock, oder? Wir sind 18 Jahre hier. Ja, seit 18 Jahren sitzen wir hier... ...in der Technik und auf der Bühne. Dann machen wir für nächste Woche ein neues Lied mit der 18 Jahre Herr Stolp. Ja, das ist ja ein, naja, schon alle, das geht nicht. Ja, stimmt. Ja, also wenn, dann müssen wir auch schon ehrlich zum Publikum sein. Ne? Genau. Jetzt kommt ein Lied für Holländer. Äh... Das ist wieder so eine Pointe von Ihnen, die ich jetzt wahrscheinlich nicht direkt verstanden habe. Du liebeslustiger Holländer. Ah, ja, stimmt! Genau! Ja! Jetzt komm, hast du denn deinen Karawan dabei? Ja! Der steht draußen. Ah, okay, sind das die Tranken, die Karawanen. Okay, die Karawane zieht rein. So ist das... So, ihr Lied ist klar. Ja! Ach, ist da auch angekommen vorne? Hallo! Ja, das ist ein... Ich hab doch noch ein T-Beutel-Lied, der muss ziehen. Ja, ich begrüße euch ein bisschen Kulturschock geladen. Viel Spaß bei der Show, die fast zu Ende ist, ihr Lieben. So, wir kommen jetzt zu, äh, genau, Tarawan of Love. Und das wurde damals gesungen von... Hab ich extra... Ich weiß... Ist das der Love von der Firma Bose? Nee, das ist die Kulturschock. Ich hab heute so viele O-Springer steuert. Mein Gott, nee. Das sind die Haus... Wenn du raufkommst, willst du nicht auch was dran sagen. So. So. Die Hoos-Martin. Die Hoos-Martin. Die Hoos-Martin. Sieht aus? Nein, der soll sich ganz aus. Ach, du sollst... Nee, das wollte ich ja nicht sehen. Aber... Aber... Ich kann mich auch. Ich bin der Freundin. Wohin geht das jetzt gerade? Ich weiß... Ist die Geile schon. Ich frage nur, weil ich Weihnachten noch was vorhab. Das ist ein Tipp, aber das dauert bis dahin. So. Sarah Wine of Love von der Hoos-Martin aus 1986. Gesungen von J.T. 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 Ja. Und anschließend haben wir... Oh. Oh. Was haben wir dann? Oh. Ein neues Kostüm mit einem Reißverschluss richtig drin. Anschließend haben wir, wenn da nicht die letzte Schwuppe hier gleich steht. Also dann komm ich nochmal raus und werde richtig pose. Ich sag's euch. I will survive. Oh. Ja. Ach, dann macht sie schon. Oh. Und das hat damals Gloria Geinor gesungen. Ach, die war auch schon gay damals. Ja. Ja. Hier hast du ja kein Wunder, dass das ein Schwule im Film ist. Aus 1983. Also. Einen großen Applaus. Jetzt wird hier live gesungen mit J.T. Einen ganz besonders großen Applaus. Auch danach für Christina Santiago mit I will survive. Bis gleich, ihr Lieben.